So, jetzt ist der Völkertrag. Wir haben das nächste Stück extra in Italienisch-Kursen gelegt. Wo sind die Italiener hier? Wo sind die Italiener? Wo stehen sie? Wo sind die Italiener? Wo stehen sie? Hey, man hört ja gar nichts. Wir haben jetzt extra ein ganz tolles Stück rausgesucht. Von dem Eros Ramazzotti. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020